Good morning Europe! Wir machen hier um 8 Uhr morgens in Straßburg jetzt Erklärvideos, die wir auf meiner Webseite janalbrecht.eu veröffentlichen und dann natürlich auch auf YouTube und die verbreitet werden und zwar Erklärvideos zu wie die Europäische Union, das Europäische Parlament funktionieren und natürlich auch zu meinen Themen Datenschutz, Polizei, Netzpolitik, Rechtsextremismus, was es so alles für Themen gibt an denen wir hier arbeiten und an denen ich sonst so arbeite und wenn ihr selber Fragen habt und Ideen habt dazu was wir hier machen, was ich hier mache und die man in zwei Minuten mal eben erklären könnte oder ich hier erklären soll, dann schickt sie uns und wir stellen also solche kleinen Erklärvideos hier online, dann könnt ihr das alles immer kompakt euch hier ansehen. Viel Spaß dabei!